Well, hey, hier! Muss ich jetzt hier wieder zurück, oder? So, hier scheint nichts mehr zu sein. Wieso willst du mein Stream zum Einschlafen nutzen, oder? Du willst doch einer bestimmt noch spielen. Boah, der ist auch noch bergauf! Immer mehr bergauf hier! Ah, Entschuldigung! Der schreit ja auch ganz schön rum, wenn ich das mal so sagen darf. Aber hier macht zumindest jemand die Tür auf. Da wollen wir schon wieder Glibber-Kram. Ich und was für meine Fitness tun, soweit kommt's noch. Das? Er collaboriert mit dem Oppressor. Co-laborator. Co-laborator, Entschuldigung. Bergstein? Ja? Das hat mir Spaß gemacht. Das stimmt. Die Br Orient auf sie sind. Die Brasen? Die Bratsch? Die Bräder. Wer über den Anliegen? Siehst du zu. Wisse der Bruder? Wisse der Bruder. Ich habe keine Energie. Das erste Haus auf der linken Seite, direkt am Fluss, mit dem alten Kirschbaum davor. Sie verstecken sie in der Speisekammer, unter den Bodenbrettern. Sie lassen sie manchmal heraus, damit sie sich die Beine vertreten können. Meist später am Tag. Einige von ihnen gehen manchmal sogar nach draußen, wahrscheinlich um Nahrung zu suchen. Aber am besten kommst du nachts. Ja, aber dann beschädige ich ja das Bild und das will ich ja nicht. Nur mal ein bisschen Energie. Hallo. Hallo Schlinge. Geht auf. Ne, das sind ja dämonische Glibberdinger. Das klingt, glaube ich, nicht. Hallo, Geisterwelle? Hä, wo ist denn meine Energie jetzt hin? Sonnig. Sonnig. Ich wusste, dass du das sagst. Bin nicht überzeugt. Nein, nein. 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 Aber hier ist auch sonst nichts zum Energie aufladen. jetzt geht es auf einmal doch wieder hell dass wir zuhaun ja kommt auto Blöder Tentakel. Machst du jetzt hier Shitstorm gegen Baumejagd oder was? Komm hier, willst du auch zuhauen? Komm, gib ihn. Du auch? Na komm, du darfst doch mal. Blöden Tentakel. Ja, okay, hast du recht. Das ist deine Meinung. Die schönen Blumen. Gibt jetzt keine roten Rosen mehr hier. Voll der saure Regen hier. Äh, ich wollte sagen, da gibt es einen Currywurst-Stand vor. Weck mir die Tentakeln. Tentakeln. Hier, gar nichts? Daher nicht so rum, bist du hier nicht zuhause? Oh, jetzt kann ich zu essen da. Das ist kein richtiger Davids-Stern, oder? Keine Zeit, dass ich mich da irre, aber ich glaube nicht. Von den Verschnörkelungen her. Na hier nochmal Tentakel-Action. Na komm, gib nochmal. Da wird Tentakel. Alter, was ist er denn da oben? Was ist er denn, Alter? Dann muss er aber nicht nachher gehen, den Kämpfen, oder? Okay. Na, ich kenne nur die zwei Dreiecke. Ich weiß nicht. Ah, schön absorbiert. Ich will, ich will dich nicht hinter mich bringen. Und wie kann ich mich hier nicht aufladen? Was ist denn mit dem Dickerchen hier? Ey, was soll ich jetzt hier machen? Habe ich hier irgendwas übersehen? Nö, ne? Gummelt mal da nicht so rum, du, sag ich denn, du. Geht doch so nix. Ja, aber hier ist doch nix. Achso, der hat Hunger. Ja, okay. Das hat Porto wieder nicht funktioniert. Das hat auch nicht so gut. Hilfe! Z-S-S-O-M-Body! Bitte, Hilfe! Hier, k экран. Bitte, Herr, ich brauche Hilfe! Der Monster ist hinter mir! Monster, du sagst? Und was das... Monster... Herr, es gibt keine Zeit! Wir müssen hier raus! Es ist okay, Richard. Warum nicht du einen Moment für dich? Ich weiß dich, Herr? Du bist ein von meinem Vater... Freund? Nein, Junge. Ich habe keine Freundschaft hier. Ich bin hier... ...kinder schubsen ist verboten! Alter, was ist denn heute mit dem Licht hier los in dem Spiel? Ja! Warte! So, Meldung ist raus! Hey, hier keine Zentakel-Action! Nein, hör auf damit! Nimm das Schlapperding weg! Ich bin hier alle! Ich gehöre auf den Weg, in diesem... ...dieselten Weg! Ich habe dich selber, die von dir! Ich habe dich, die von dir! Ich bin... ... du... Ich bin... ... du... ... du... ... du... ... Richard! Sie kam auf die Stumpf, all because of her. Ich weiß, deine Kindheit. Sie riechen einfach wie sie. Wie die Frau, die wegen dir verletzte? Die Frau, die Sie aufzunehmen? Sie kam zu mir, weil sie nicht mehr zu gehen hat. Wo war dein Vater? Wo warst du? Oh, shut up! Hör auf, wie du sie nie glaubst. Sie war die Licht der meine Leben. Die Wärmste der meine Säule. Ihre Säule hat sie weggebracht. Es gibt nichts mehr. Jetzt ist es nur deine Säule. Ich fühle mich für Sie. Sie sind nichts mehr. Ich hatte mein Leben. Sie riecht mir ab. Sie riecht mir ab. Sie riecht mir ab. Sie riecht mir ab. Sie ist ein Fiend. Ein Wunscher. Das Mann. Thomas. Was ist er? Das ist derjenige, der die die Säule verletzt. Derjenige, der die die es verletzt. Aber du... Ja. Ich weiß, du... Du kannst mich frei. Ich kann es fühlen. Bitte, mach es. Du nicht verdienst. Du verdienst nichts. Nichts. Du hörst mich? Dann gib es mir. Bitte. Du nicht existierst. Das ist alles, was ich will. So beget. Du denkst, sie wird mich nie verletzt? Du? Du bist. Ich bin nicht dein Judge. Ich bin nur der Ferryman. Geh, weg. Richard. dental. Das ist alles. Ein Rape Hals. Hier kannst du es gut absением elsnehmen. Dabei ist signaling sie immer toll. Das ist für alles. Dann kann EA forum. Bis zum nächsten Mal.